Haben Sie es diese Woche gelesen? Endlich sind die Renten mal wieder erhöht worden. Hier steht es in meiner Lieblingsbild ganz fett. Rentenerhöhung. Im Schnitt gibt es rund 30, 40 Euro mehr im Monat. Ach, und in einem Fall sogar 40.000 Euro mehr im Monat. Klaus Zumwinkel hat sich ja gerade von der Deutschen Post vorzeitig seine Pension ausbezahlen lassen. Insgesamt 20 Millionen. Der Mann braucht das Geld eben. Seine Portokasse ist leer, weil er wegen Steuerhinterziehung eine Million Strafe zahlen musste. Und die Betriebskosten für seine Burg am Gardasee sind ja auch nicht ganz billig. Und dann noch der Verdacht, in die Telekom-Spitzel-Affäre verwickelt zu sein. Das könnte auch noch mal teuer werden. Armer, armer Klaus Zumwinkel. Vielleicht hilft es ja in diesen schweren Zeiten, ein Lied zu singen. Dennis Kaup und Lena Simon. Bitte. Es war noch dunkel, als die Steuerfahndung zu mir kam. Ich hatte Dreck am Stecken, doch zum Glück war ich nicht arm. So gab's Verfahrensfehler und dann war ich frei. Aus meiner Portokasse zahlte ich die Strafe ab. Was hat das für Schlagzeilen gemacht? Und unterm Strich hat die Verarsche doch ganz gut geklappt. Wir sind sehr zufrieden. Und weiter geht's. Ich sack jetzt noch mehr Kohle ein. Gieriges Schwein, ja das höre ich ohne Ende. Doch es muss sein, 20 Millionen Rente, wenn man die hat. Das ist ein einfaches Rechenexempel. Gieriges Schwein, ja das ist kein große Name. Ich bin's nicht allein. Moral ist nur für arme Scheiß auf den Mob. Zahlt kräftig auf mein Konto ein. In lichten Stein, gieriges Schwein. Ja das höre ich ohne Ende, doch es muss sein. 20 Millionen Rente, denkt auch daran. Mein eigenes Heim, das ist nicht klein. Drum zahlt jetzt ein. Aber zacki zacki bitte.